Ich finde, was am großigsten ist, es fühlt sich an, als hätte ich so lesen, so ein bisschen verlernt. Also das ist wirklich auffällig viel schlechter als früher. Und gestern hatte ich das erste Mal, dass ich so auf Ernst Ernst drüber nachgedacht habe, für einen Monat, ich lese jeden Abend Buch. Ich muss auch Tim lachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Afrika ist der Planet, über den ich am wenigsten weiß. Dein Unwissen fängt schon dabei an, dass Afrika kein Planet ist. Habe ich das gesagt? Bro, ich glaube, ich habe gerade damit irgendwie so fünf Völker aufwendet mit der Aussprache. Wir haben eigentlich letzte Folge gesagt, dass wir die heutige Folge, das heutige Sprachintro von Dominik machen lassen. Dominik hat sich aber gerade gedrückt, weil er meinte, es ist viel lustiger, wenn ich Sachen falsch ausspreche. Als würdest du jetzt die Sprache, die ich rausgesucht habe, auf einmal mega geil vorlesen. 100 Pro. Na gut. Das reicht schon? Okay, alright. Erstmal Hallo an euch alle. Ich habe mir wirklich überlegt, wir können jetzt nicht das Sprachintro so krass brechen. Das muss Kevin machen, ich glaube, da stimmt ich mir auch zu. Vielleicht ab der tausendsten Folge mache ich es dann. Also in 17 Jahren. Kannst du es mir vielleicht vorlesen? Lass mal übersetzen, Bro, weil ich habe das Gefühl, du hast das gerade wirklich Turbo-Arsch vorgelesen, Mann. Das klang wie der Zauberer aus Age of Empires. Ja, okay. Na Bata, na Mkaparita, Uka, die Ma, na Dominik, na Kevin. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt irgendwie ein neues Google-Update verpasst habe. Aber das klang jetzt nicht wie die Google-Stimme, sondern es klang gerade, dass du es einfach nochmal vorgelesen hast. Achso, genau, das ist das, was ich in der letzten Folge meinte. Diese Sprache gibt es nicht mit Sound und das ist das, was ich meinte. Uns gehen die Sprachen aus. Leute, da findet man mehr Sprachen. Es kann niemals sein, dass uns die Sprachen ausgibt, Bro. Es müssen mehr Sprachen released werden. What the fuck? Das Sprachenintro ist langsam tot. Nein, es müssen nicht mehr Sprachen released werden, Bro. Es müssen mehr fucking Sound-Thinger brauchen wir. Oder wenn ihr eine Webseite kennt, wo es mehr so Sound-Shit gibt, dann vielleicht actually Deep L sogar. Ich glaube, die können auch vorlesen. Ja gut, also mit dieser Beschreibung von dir, mit dieser Betonung und allem wird das jetzt unmöglich. Ich habe drei Fragen. Befinden wir uns in Nord- oder Südamerika? Äh, nein. Befinden wir uns in Asien? Nein, Bro. Wie kann man so krass falsch liegen? Ja, ist jetzt schon over. Ist schon over. Also ich hätte halt gedacht... Also ich kann dir so viel sagen, ich habe von dieser Sprache noch nie in meinem Leben gehört. Okay, aber du weißt, wo die ist. Aber von dem Land habe ich schon mal gehört, wo man das spricht. Ja, aber du hast es gerade gegoogelt, right? Genau, ich habe es gegoogelt, ja. Da hattest du davor noch nicht davon gehört? Nein, ich habe die Sprache einfach angeklickt. Okay, 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 check. Du hast die Sprache auf random, hast dann gegoogelt, wo spricht man das. Und dann sagst du, ah, das Land kenne ich. Genau. Okay. Also das heißt nicht Asien, nicht Nord- oder Südamerika. Ja, okay, dann sind wir in Afrika. Ja, wir sind in Afrika, ja. Ähm... Ja, Züch, wenn du... Bro, wie er jetzt macht, als wäre es jetzt so überhart, wenn du es jetzt erraten würdest. Nähä, kann doch auch norwegisch oder sowas sein. Nee, aber du tust jetzt gerade so, also, mmh... Du wolltest jetzt gerade sagen, so, mmh, ja, Ägypten. Und dann hättest du es so getan, als hättest du es First Trier raten. Nee. Aber da hast du vorher drei Kontinente genannt. Ich habe noch gar nichts... Naja, ich muss es ja... Ja, komm mal. Bro, wie du es vorgelesen hast, wie soll ich denn raten? Jetzt entspann dich doch. Ich kann es dir nochmal vorlesen. Mit was für einer Aggression gehst du hier rein überhaupt in die Folge? Bro, Realtalk, entspann dich mal, ja. Realtalk, ich lese dir nochmal vor. Ja, das bringt mir nichts, Bro. Du liest vor wie ein Verpickter. Hört mal richtig hin. Navata, na Mkapparita, Ukadima, na Dominik, na Kevin. Du hast so getan, als wäre jetzt so Afrika so der easy call, Bro. So, Dicker, weißt du, wie viele Sprachen es in fucking Afrika gibt? Schaut uns an alle Afrikaner. Die kennen ihre Sprachen. Ja, keine Ahnung, Bro, ich sag Swahili. Es ist, ähm, die Sprache heißt Igbo und wird, ähm... Danke dir, korrekt. Und anscheinend ist das ein, also das ist ein Volk oder eine Gruppe in Nigeria. Aha. Und es wird von 18 bis 25, äh, von 18 bis 25 Millionen Menschen gesprochen. Okay, das ist eigentlich nicht so wenig. Also es ist die Amtssprache in Nigeria. Igbo. Igbo, Alter. Ich hab das noch nie gehört, Bro. Äh, ich auch nicht, aber vielleicht ist daran, dass wir nicht in Nigeria, Bro. Und ich glaube, ich hab's auch crazy falsch ausgesprochen. Und schau mal, die haben so, die haben so ein I, so eine Art I quasi, aber das unten am I auch noch einen Punkt. Oh mein Gott, Bro, vielleicht ist es in der Sprache so, wo du so machen musst, so. Also Klick, aber ist das Lowkey Racist? Ich weiß nicht. Nein, nein, es gibt ja, hä? Also Klick, ich weiß nicht, wie du das... Warum? Afrikanische Sprachen haben Klick- und Schnalzlaute drin und es kann sein, dass das eine ja ist. Maybe. Wollen wir ganz kurz mal auf YouTube gucken, ob wir jemanden finden, der das spricht? Boah, ja. Igbo-Tutorial. Learn Igbo in two hours. Das würde mich wirklich interessieren. Ich hab irgendwie das Gefühl, äh, Afrika ist der Planet, über den ich am wenigsten weiß. Und ich find's voll low. Ich glaub, dein Unwissen fängt schon dabei an, dass Afrika kein Planet ist. Hab ich das gesagt? Hab ich das gesagt? Oh, ich hab mich versprochen. Das ist crazy. Aber wie gar kein Teilleiter. Habt ihr mich erwischt, habt ihr mich erwischt? Aber ich muss sagen, Afrika ist wirklich der Supermarkt, über den ich irgendwie am allerwenigsten... Also, was ist das? Habt ihr mich erwischt? Ich weiß ja viel über Raumschiffe, aber Afrika, irgendwie? Okay, hier ist Learn Igbo. Learn Igbo Phrases. 53 useful everyday phrases. Okay, ich bin mal gespannt, wie die jetzt ausspricht. Ich schwumme ein bisschen vor, das Interest. Bro, das ist so ein richtiger Aunty. Sagt man das so? Aunty? Okay, wir lernen jetzt Good Morning. Kevin, egal was jetzt passiert, schau nicht viel Geld ins Gesicht. Der hat sich gerade einen privaten Witz erzählt. Okay, das ist Hello. Das ist Hello? Also Hallo? Easy bisschen. Hallo? Hallo? Wir lernen Englisch auch noch direkt. Jetzt kommt Who is speaking? Also, wenn man so am Telefon sagt. Okay, okay. Warum lachst du? Ich hab mich geiler geguckt. Wieso findest du da so lustig? Okay, 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 warte, 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 warte. Hier ist was mit diesem I. Ja. Goodbye ist das. Oh, Messia. Zeit nochmal? Oh, Messia. Oh, Messia. Das ist krass, Bro. Ich hätte das vorgelesen. K.O. Mesia. Aber die verschlucken voll viel. K.O. Messia. Das war so, oh, Messia. Ja. Irgendwie so, glaube ich. Vielleicht ein bisschen das K vielleicht, wenn man es sich reinredet. Ey, schaut uns an alle Nicarien an, Alter. Ihr seid da am Start, Bro. Es sind auf jeden Fall, es ist nicht das, was du meiltest, es sind nicht irgendwelche... Keine Schnalz- oder Knicklaute oder Knacklaute. Bro, ich find das so interessant irgendwie, dass es so, guck mal, auch in Europa schon alleine gibt es ja so Länder, die bestimmte Wortsachen so aussprechen in ihrer Sprache und für die ist es so das Normalste in der Welt irgendwie, keine Ahnung, so wie bei uns jetzt zum Beispiel irgendwie SCH auszusprechen und für, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es ist, aber vielleicht für Franzosen oder so ist das mega schwer und für uns ist es zum Beispiel mega schwer, TH auszusprechen in den Englischen. Ja, ja. So, das ist so crazy, weil das ja, also wir sind ja alle gleich so vom Biologischen, sag ich mal, weißt du was ich meine? Und dass man einfach nur dadurch, dass man da anders aufgewachsen ist, das ganz anders aussprechen kann und da Schwierigkeiten in bestimmten Sachen hat, finde ich verrückt. Finde ich wirklich, also das ist einfach nur Gewöhnung muss das ja sein, ich guess. Aber so zum Beispiel, okay, TH ist ein richtig krasses Beispiel, weil das ist ja, du lernst das ja in der Schule schon ab der, keine Ahnung, Grundschule, genau in Deutschland, so Grundschule oder whatever, keine Ahnung, Englisch ist ja so wahrscheinlich heutzutage, wahrscheinlich selbst, wahrscheinlich als Kind, bevor du sogar in die Schule kommst, hast du wahrscheinlich Englisch mal vielleicht ein Video gesehen oder, also weißt du so, Englisch ist schon um dich rum. Ich glaube aber nicht, dass du ein Video, also ich glaube jetzt nicht, dass du dir schon das neueste MrBeast-Video reinziehst vor der ersten Klasse. Ja, vielleicht nicht, aber guck mal, keine Ahnung, vielleicht das Kind sitzt mal auf der Couch und die Eltern schauen gerade vielleicht irgendwie was auf Englisch, I don't know, also ich glaube, Englisch ist halt mehr Around, mehr denn je, aber spätestens in der Schule geht das ja schon voll früh los, ich glaube sogar Kindergarten teilweise so und da lernt man ja dieses TH, so trotzdem fällt das ja so vielen Leuten extrem schwer, Bro, also Real Talk, wie viele Leute rennen rum und sind halt, also weiß ich nicht, benutzen Englisch vielleicht sogar in ihrem Alltags- oder im Arbeitsleben oder so teilweise und sagen trotzdem Happy Birthday oder so. Weil die einfach sagen, Bro, dieses TH, ich skipp das, ich kann das einfach nicht oder so. Happy Birthday. Happy Bursi. Happy Birthday. Ja, oder weißt du so? Ja. Wie viele skippen das? Das ist krass. Ja. Obwohl man das ja so lernt. Aber ich finde das aber auch immer krass, weil ich schaue mir immer voll gerne, auch wieder auf TikTok, ne, schau das, kennt ihr diese TikToks? Ja, aber jetzt kommen wieder, kennt ihr diese TikToks? Hier TikTok-Eintrag. Nein, nein, das kennt jeder, das kennt jeder, das kennt jeder. Ich liebe diese TikToks, wo deutsche Austauschschüler slash Studenten slash Au-pairs oder irgendwie sowas nach Amerika gehen und dann machen die da so TikToks, wo die dann so zum Beispiel ihre Mitschüler so einfach fragen, ey, was weißt du über Deutschland oder die chillen so mit denen, machen irgendwie so ein TikTok. Bro, das hatte ich vielleicht ein einziges Mal auf meiner For You-Page. Ja, ja. Maximal. Ich such da nach Aktiv, weil ich finde das cool. Weil das ist so wie so in eine andere Welt eintauchen, Bro. Weil ich kann, wir leben die ganze Zeit in unserer halt Deutschlandwelt so, Bro. Weißt du, man kennt die Künstler, jeder weiß, wer Apache ist, keine Ahnung, fuck genau. Aber da drüben, die haben ja ihren eigenen Film da. Und dann zu gucken, wie bewerten die jetzt so einen Farid Bang Song oder sowas, das finde ich einfach geil dann. Oder wenn die halt die Fragen, hey, was sagst du über Deutschland? Und dann sagen die halt, ja, hier, Hitler ist euer Chef und so und diese Nummern. Ja, ey, apropos, weil du gerade sagtest, in andere Dinge eindringen, da habe ich zwei Sachen, die ich dir erzählen möchte. Okay. Die komplett unterschiedlich sind voneinander. Okay. Ich bin, also einmal, Thema eindringen, ich habe herausgefunden, Future hat acht Kinder, der Rapper. Das ist eine sehr elegante Überleitung. Mit irgendwie so acht Baby-Mamas. Mmh. Also es ist so crazy. Ach so. Ja, ja. Okay. Da waren so sieben Frauen genannt und dann so, und eine, die nicht genannt werden möchte. Oh nein. So das oder das, das oder das. Warum bumsst du denn so? Ja, anscheinend, also ich weiß nicht. Aber ich meine dann... Ich glaube, sein Pull-Out-Game ist weak. Ja, aber Bruder, dann benutzt du halt ein Kondom oder so. Ja, das ist irgendwie doch auch... Das ist Amerika. Bro, also acht Kinder mit acht Frauen, so auf denen, ich will einfach nur bumsen, war es, Bruder. Retalk dann benutzt ein Kondom. Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen... Also ich meine, das ist jetzt immer so lustig, der fickt viel. Bruder, ja, aber diese Kinder würden sich bestimmt freuen, halt einen Dad zu haben, so. Und ich glaube nicht, dass er... Ich meine, der ist ja auch für alle da. Für alle acht? Für alle acht. Oder bis die irgendwie in die Schule kommen, sind das noch 20 dazugekommen wahrscheinlich. Ja, ja. Naja. Familie Feier mit Crazy. Und? Familie Feier, Wilden. Und vor allem, da sind auch so... Also das ist so... Da steht da so irgendwie so drei, vier Namen. Dann sind auch so, ich glaube, ein paar Rapperinnen oder so. Und dann ist da so... Yo. A Pole Dancer from Aberkirky oder so. Ah, wirklich? So schön steht da. Aberkirky? Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwas ausgedacht. Ach so, schau, das ist ein Aberkirky. Ähm, und da steht halt eine Person, die nicht genannt werden möchte. Aber fand ich krass, das fand ich heftig. Ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich tauche neuerdings immer wieder in das neue, also in ein anderes Thema, abseits von meiner Welt ein. Und zwar das Thema Zaubern. Ich bin großer Zauberfreund geworden. Hex, Hex, hurra, du Wichser. Ich, äh, ich muss... Was? Was? Ich will dir ein bisschen Edlims geben für deine Story. Okay, geht. Okay, Hex, Hex. Ähm, ich gucke neuerdings Matthias Berger, habe ich dir auch schon mal, glaube ich, gezeigt, was wir da waren. Der macht immer so Videos irgendwie, ähm, die, die dunkle Wahrheit über... So wirst du ein ungewolltes Kind los. Nein, das nicht. For future. Die dunkle Wahrheit über Harry Houdini oder so. Und, äh, das ist meine Empfehlung der Woche direkt. Äh, ich gucke den wirklich jeden Abend gerade. Bro, ich habe da gestern locker zwei Stunden mir Videos von dem reingezogen. Wie der mir irgendwelche, der hat so Zaubertricks gekauft auf Fiverr und hat da Leute exposed. Bruder, ich kann nicht mal zaubern, mich jucken Zauberer nicht mal. Ich gucke mir trotzdem alle Videos von dem an. Doch, mich jucken Zauberer schon. Ja. Juck dich nicht. Ich finde so diese Modernen sind schon cool. Wie heißt der? Ich glaube, Chin Lim heißt der so. Es gibt so einen, ich glaube, warum guckst du so? I don't know. Ich warte, was passiert. Äh, ich glaube, er heißt so. Ähm, es ist so... Oh, da ist uns gerade die SD-Karte abgeraucht. Wir sind wieder da. Sind wir wieder da? Ja, ja, wir sind wieder da. Die SD-Karte war weg. Okay, wir hatten hier gerade einen kleinen Cut. Ich weiß nicht, wo wir genau stehen geblieben sind. Ich wollte Dominik gerade erzählen von meinem Lieblings-Karten-Magier. Das ist, glaube ich, der einzige Magier, der mich wirklich, äh, wirklich juckt, glaube ich. Der mich jemals befriedigt hat. Das ist, glaube ich, der einzige Zauberer, der mich jemals zum Kommen gebracht hat. Ähm, ja, Chin Lim. Mega nicer, mega nicer Guide. Das ist so ein Karten-Magier. Könnt ihr euch mal reinziehen, dass der Typ mit den meisten aufrufen auf ein Zaubervideo... Ich weiß nicht, ob es irgendwen juckt, aber ich tauche langsam in das Zauberthema ein, Bro. Nee, finde ich aber geil. War dieser Atze nicht auch bei Penn & Teller, Fool Us? Genau, der ist einer der wenigen Leute, die, äh, Penn & Teller... Also, das ist zum Beispiel eine Serie, die ich auch schon... Gut, du hast recht, so neu ist das Zauberthema für mich nicht. Penn & Teller, Fool Us ist, denke ich, ein Klassiker. Ja, Empfehlung der Woche, schau mal jetzt direkt. Ist sehr, sehr geil. Also, Penn & Teller sind zwei super, super erfolgreiche Zauberer unserer Zeit. Du musst sagen, nicht verwandt, nicht verschwägert. Nicht verwandt, nicht verschwägert, genau. Und, ähm, die haben quasi, also, ne, wenn so Zauberer erkennen von anderen Zaubern ja voll schnell, so, ja, okay, die haben den, ähm, Double Lift benutzt oder so, und wenn jetzt irgendein Kartentrick passiert und dann checken die super schnell, wie ein Trick umgesetzt wurde, weil sie die Techniken... Ja, weil die kennen halt auch alle. Weil die Techniken kennen, genau. Ja, genau, ja, ja. Und, ähm, und bei Fool Us geht's quasi darum, dass professionelle Zauberer gefoolt werden. Also, dass zwei professionelle Zauberer nicht wissen, wie der Trick gemacht wurde. Und, äh, dieser Schindlimm hat die zweimal gefoolt. Wirklich? Was ich am krassesten finde, guck mal, da hinzukommen und jemanden so, der auch Zauberer ist, irgendwie so, sag ich mal, reinzulegen, dass der nicht weiß, wie der Trick gemacht wurde. Okay, weil du hast halt so alles an Möglichkeiten. Aber trotzdem schwer. Trotzdem schwer? Weil die Brees kennen ja auch die Leute, die die Zaubertricks erfinden und so, die haben alles eigentlich schon mal gehört. Nochmal, aber in meinem Kopf ist so, wenn du jetzt alles benutzen darfst, die Möglichkeiten viel höher als Kartentricks. Man denkt so bei Kartentricks, okay, es ist halt ein Kartendeck. Also, da kenn ich wahrscheinlich schon alles. Aber der Typ hat die halt zweimal gefoolt. Ja, das ist crazy. Und der hat so richtig krasse Sachen, dass der so ein Kartendeck so in die Kamera hält und dann fährt er mit so einer anderen Kamera von oben nach unten und das Kartendeck wird so langsam blau. Und man sieht so, wie das langsam so verläuft. Und das ist so, ist crazy. Der Typ ist richtig cool, Mann. Boah, ich hab, boah, das Ding ist, ich würde, glaub ich, Penn und Teller so eine Show am meisten enjoyen, wenn das so bei ZDF laufen würde oder irgendwie sowas. Weil bei den Amis hab ich manchmal immer, weil ich liebe diese Show und ich find das richtig geil, aber ich hab manchmal ein bisschen die Angst, dass die fürs Entertainment, für die Show vielleicht Sachen auch so ein bisschen so halb faken. Also, dass dann vielleicht die Produktion sagt, da helfen wir nochmal nach und machen im Schnitt irgendwie ein Kabel weg oder so, weißt du? Da hab ich ein bisschen Schiss manchmal. Weil am Ende ist es Ami-Show, am Ende müssen die Quoten haben und so. Okay, aber das ist ja, also das Ding ist, man muss sich halt auch überlegen, also zum Beispiel dieser Shin Lim ist halt, der ist halt aufgetreten überall schon. Ja, bei dem wahrscheinlich nicht, ne? Der war zweimal in einer professionellen Zaubershow, der war, also ne, das ist halt auch so aufgebaut wie so eine Talentshow quasi, könnte man sagen, dieses Penn & Teller. Also, da sind auch wie bei Supertalent mehrere Leute. Da sind auch viele Leute dadurch bekannt geworden oder halt so richtig durchgestartet. Bro, das, also ich find dieses Zauberthema ist actually ganz cool. Ey, no joke, ich hätte eigentlich ganz gerne mal Matthias Berger hier im Podcast und würde gerne mal eine Stunde mit dem über Zaubern labern. Ist er ein Deutscher oder nicht? Ist er ein Deutscher, ja. Ja. Ja, komm rum. Soll ich dir auch was sagen? Wir hatten doch mal für, ja, komm auf jeden Fall rum, Bro. Das wär krass. Also, what the fuck. Es gibt kein Geld halt, es gibt keine Gage, falls du da jetzt denkst, aber komm mal rum und mach mal ein bisschen Action. Expose mal. Bro, wie der Zauberer mit der Maske, Bro, er muss exposen jemanden. Ja, er macht das so ein bisschen, ich find, er macht das mit so einer, so ein bisschen Low-Key, weißt du? Ja, ja, aber ist gut. Der sagt jetzt nicht so genau so und so macht man's, aber der sagt halt immer so, der guckt dann, Bro, das ist immer so geil, weil ich guck das dann so und ich hab ja gar keine Ahnung vom Thema Zaubern, also jetzt im Sinne von, wie man Sachen ausführt und gestern hab ich so ein Video von dem geguckt, da hat er so sich bei Fiverr so Tutorials für so Kartentricks gekauft und dann hat dann so die Expose, dass die viel zu teuer sind und die Tricks mega scheiße sind. Weil die Tricks halt einfach von Google sind. Genau, genau, also da sind so Leute, die verkaufen. Ja, Bro, aber Überraschung bei Fiverr. Ja, die verkaufen so für 50 Euro so ein 3-Euro-Trick, weißt du, so diese-mäßige. Das ist frech. Und dann guckt ihr so das Video und dann sagt so, ja, ja, okay, klar, das ist hier so ein Double-Lift und dann so ein Triple-Change und dann sagt ihr so, er sagt so Fachbegriff und er sagt das so, als wäre das so das Normalste der Welt. Ja, aber ich glaub, er hat, wahrscheinlich denkt er halt auch so, Main-Audience sind halt wahrscheinlich Zauberleute, Zaubergeisterte. Kann auch sein, dass es ist, weil ich bin nicht der eine Guide, der das guckt, der nichts damit zu tun hat. Ja, er hat den natürlich, ist immer so ein Prozent, wo ich so denke, wer ist das? Wer ist dieser eine Wichser, der so, der gar nicht dazu passt? Ja, und der benutzt auch immer, also der erwähnt auch immer so Gadgets fürs Zaubern. Er hat dann so, ja, das sind, so, keine Ahnung, der zeigt dann so einen Trick und dann sagt er so, riecht das für euch hier auch nach so einem Triple-Changer? Und du denkst so, Bro, was zum Fick in Gottes Namen? Es soll ein Triple-Changer sein. Das ist geil. Aber ich zieh mir das trotzdem jeden Abend rein. Ja, aber check ich. Gerade, also meine größte Empfehlung da ist die dunkle Wahrheit über Uri Geller. Das haben wir geschaut zusammen. Das ist so ein geiles Video. Ja, das war wirklich geil. Weil ich, also ich glaube, das ist was eher, was so unsere Generation anspricht. Ich glaube, wenn ihr ein bisschen jünger seid, habt ihr diese Uri Geller-Zeit komplett verpasst. Aber Uri Geller ist einer der wenigen, wenigen Leute, da gab es damals ja diese Show Uri Geller, der nächste Uri Geller, wo Leute quasi hinkommen konnten und auch sozusagen der nächste große Zauberstar werden konnten. Das Ding war aber nur, dass das damals nicht so geframed wurde wie, hey, das sind alles Illusionisten, also quasi im Sinne von, keiner von denen kann wirklich zaubern oder hat magische Kräfte, sondern die hatten in ihrem Vertrag drinstehen, dass sie so tun müssen, als hätten die übernatürliche Kräfte. Ja, der bleibt krank. Das ist komplett krass. Uri Geller hat das ja auch in seiner ganzen Karriere immer auch so gemacht. Genau. Also er konnte gar keine Show ja machen, in der er jetzt sagt, ja, ja, das hat er gut mit dem Double-Triple-Lifter gemacht, sondern dass er, dass sein ganzes Scheinbild gewahrt bleibt für seine Fans, mussten ja auch die Leute echte magische Fähigkeiten haben. So wie er. Ja, so wie er. So wie er. Er konnte den Löffel verbiegen. Ja, das finde ich auf jeden Fall geil und sowas wird da halt alles so exposed. Was ich auch sehr geil fand, kennst du Chris Angel? Ja, ne? Klar, MTV damals. Genau, und der hat so, also die haben so zusammen, also Uri Geller und Chris Angel hatten mal zusammen eine Show, wo die halt auch irgendwie so Zauberer so ein bisschen wie so Supertalent in irgendeiner, ich glaube in Amerika oder so. Und Chris Angel war halt so ein Zauberer, der zu der Zeit auch einer der gehyptesten Zauberer überhaupt war. Aber dem war immer wichtig zu sagen, dass er nicht wirklich zaubern kann, sondern dass alles Tricks sind und irgendwelche Illusionen. Er hat es auch schon ganz anders delivered. Ja, genau. Er ist so, ja, erzähl es mal weiter. Genau, also nicht so auf so spooky, sondern so einfach auf so. Ja, sondern er hat halt, es war eher einfach so, dass man dachte, oh krass, wie macht er das? Also ich kann mich dran erinnern an einen Trick von ihm. Da hat er sich so, das war dann schon fast so Joko und Klaas gegen ProSieben oder irgendwie weltmäßig. Da hat er sich so in den Rücken, in die Haut so Ringe reinmachen lassen. Und darauf wurde er dann quasi, da war dann ein Seil dran und dann hing er an einem Helikopter quasi nur mit der Haut von seinem Rücken unten so dran. Und der wurde halt dann so über Hollywood da rumgeflogen und so. Und er hat das halt dann noch so, dieses Zauberding reingebracht, der sagt, ich hab mich in eine Trance versetzt und ich spüre keinen Schmerz mehr und so. Aber für mich war das immer eher an so einem Extrem. Ja, genau. So eine Mischung. Es gab doch den Trick, wo er irgendwie eine Münze verschluckt und dann sich irgendwie hier so aufschneidet, so die Hand aufschneidet, so am Arm. Und dann ist die Münze unter seiner Haut gewesen und shit. Also ich hab ihn immer wahrgenommen als jemand, der hat eher so diese Art von. Ja, so ein bisschen Gore fast schon. Ja, ja, ja. So körperlich. Auf jeden Fall hatte Uri Geller quasi diese Show und wollte die mit Chris Angel irgendwie zusammen machen oder die Produzenten wollten, dass die das mit Chris Angel machen, whatever. Auf jeden Fall hat er nur zugesagt unter den Bedingungen, dass er da halt alles sagen darf und so und dass er alles machen darf. Und das haben die erlaubt. Und dann war er nur da vor Ort, um Uri Geller einfach zu exposen und diese ganze Scheiße, mit dem jemand hat übernatürliche Kräfte. Und dann hat er gesagt, er hat gesagt, ich hab hier einen Briefumschlag. Und wenn ihr erratet, was da drin ist, dann gebe ich euch eine Million Euro oder Dollar halt. Und keiner hat's erraten und dann hat er das am Ende so aufgemacht und meinte, dann schaute er halt 9-11 drauf. Und er meinte so mäßig, dass wenn wirklich jemand übernatürliche Kräfte hätte, hätte er doch so was in 9-11 so verhindern können quasi. Deswegen sollte, also haltet mal die Fresse, ihr habt keine übernatürlichen Kräfte. Ach so, okay. Check. So, das war so die Message, glaube ich. Und das muss ich sagen, das hat für mich in meinem Kopf dieses Zauberding so viel cooler gemacht, dass, also ich hab das Gefühl, in der Zauber-Community ist es richtig verpönt, dass Leute so tun, als würden die wirklich zaubern können. Inzwischen, ja. So, das wird krass gehaten. Auch schon damals, Bro. Auch so Leute wie so Harry Houdini und so waren schon so diese mäßig. Und das ist so 100, 200 Jahre her. Ja, aber irgendwie hab ich das Gefühl, früher wollten die Leute mehr auch dran glauben. Weißt du? Also gut, jetzt so vielleicht vor 100 Jahren war das schon relativ modern, I guess. Aber wenn so Zauberer und solche, diese Atzen gehen ja schon übelst weit zurück, I guess. Und ich glaube, da war das, ich glaube, damals wäre das low gewesen, wenn die gesagt hätten, ja, ich kann gar nicht in echt zaubern. Und dann wäre er irgendwie rausgekommen, keine Ahnung, Bro. Er hat halt in seiner Hosentasche so einen Schnur und dann zieht der den Geldschein da irgendwie so durch oder so. Ja, aber guck mal, ich finde, ich finde. Sondern das war schon halt krass zu glauben, ey, vielleicht kann der das halt echt. Also reden wir jetzt mal so 1700 irgendwas. Weißt du so, die Leute sind gerade aus dem Mittelalter raus und so auf den. Bro, bei diesem Uri Geller-Video, wo der das so alles exposed hat und auch viele Tricks so erklärt hat, da sind doch immer noch Leute, die in den Kommentaren so schreiben, hey, das kann gar nicht sein und so. Der hat die Kraft des Gins und so auf Ernst so glauben, dass. Die Kraft des Gins ist crazy. Die so auf Ernst daran glauben, dass Uri Geller irgendwelche übernatürliche Kräfte hat. Aber ich finde, it's my real talk, es ist ja eigentlich doch viel faszinierender, dass jemand so mit seinen fingerfertigen Skills es so wirken lassen kann, als hätte er übernatürliche Kräfte. Als wenn jetzt, keine Ahnung, irgendeine Macht einer Person einfach random übernatürliche Kräfte gegeben hat. Weißt du, was ich meine? Ja, aus einer heutigen Sicht, Bro. Ja, ich weiß, aber das eine ist ja so, dass man es durch Skill und durch viel Schweiß und Blut so erlernt. Und das andere ist so, ja, dir wurde einfach diese Kraft gegeben, bumm, du hast es halt. Ja, gut, aber ich meine, auch selbst wenn du diese Kraft hast, kann es ja sein, du musst es die trainieren, du musst die kontrollieren lernen und weißt du. Oh, okay. So Avatar-mäßig. Da kann ja auch noch Arbeit dahinter stecken. Deswegen finde ich bei diesem, also ich glaube nicht an übernatürliche Kräfte, so im Sinne von so Hellsehern und Shit. Glaubst du an Geister? Nee, ich glaube nicht dran. Ich würde jetzt aber nicht mein ganzes Leben aufs Spiel setzen, um zu behaupten, dass es die nicht gibt, weil, I don't know, maybe, aber ich sage jetzt nicht, ich glaube dran und hier im Raum sind gerade Erika und Maria da hinten, die chillen, ne, jeden Tag. So glaube ich auf jeden Fall nicht dran. Oh, die sitzen da hinten und denken sich so, what the fuck, warum ich denn? Digga, wir chillen seit zwei Jahren in diesem Raum. Die sind so gefangen hier und müssen sich immer den Edeltalk anhören, ach du Scheiße, Alter. Ich glaube, es ist nicht so crazy da dran. Ähm, aber genau was ich sagen wollte, was ich low finde, ist sozusagen, zu sagen, ja, wenn es Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten gibt, ja, dann hättet ihr 9-11 verhindert. Weil das ist so, das ist ja dann deine Assumption, wie übernatürliche Fähigkeiten sein müssen. Also, weißt du, zu sagen, wenn man das hat, dann hätte man, also ich meine. Es ging nur um, es war nur so dieses Sinnbild quasi, aber hätte jemand wirklich übernatürliche Kräfte. Könnte da reinschauen. Guck mal, es gibt ja diese Übernatürliche, dass man so sagt, hey, schreib was auf dem Zettel, mach das dann in so einem Briefumschlag und dann glaub fest dran und ich errate, was du in dem Briefumschlag hast. Weißt du? Und, ähm, und diese Zaubertricks übernatürlich gibt es ja und hätte jemand wirklich diese Fähigkeit, hätte er ja erraten können. Hätte er das machen können. Ich check schon, ja. Ich finde halt, ja, also wahrscheinlich, das sind halt alles, das sind halt alles so Abzocker irgendwie. Was ich cool finde ist, und was ich richtig beschissen finde, sind Leute, die dieses, weil die halt so gut reden können und so, die so sagen, ich bin Hellseher, ich bin Wahrsager und die nutzen das zum Beispiel aus. Mensch ist das mäßig. Ja, aber der macht's cool, der macht's stylisch, aber es gibt halt Leute, die nutzen das aus und machen so, sagen dann, ihr könnt mit euren toten Verwandten reden, ich heil euch da irgendwas zusammen, weißt du so, das ist crazy. Das war, ähm, das war, äh, also für alle Leute, die Mentalist geguckt haben, das ist die erste Folge, da geht's, also Mentalist ist ja so ein Typ, der so der Polizei hilft mit so, der kann so Sachen so richtig krass so analysieren. Aber wenn er gute, er hat eine gute Wahrnehmungsfähigkeit. Ja, das find ich mega stylisch und, äh, der hat genau als so ein Medium quasi gearbeitet vorher im Fernsehen und, äh, und hat so quasi genau dieses, was du gesagt hast, so dieses, man kann mit den Toten reden und so, gemacht. Und dann hat er irgendwas Falsches gesagt und hat so ein Serienmörder seine Familie umgebracht und dann... Und ab da geht's dann los. Und ab da hat er dann der Polizei geholfen. Ja, stimmt, weil er hat doch da, sein Dad war ja so eine Schaustelle, die immer rumgefahren ist, ne? Er hat mit ihm doch am Zirkus angefangen, glaub ich. Und dann ist er im Fernsehen. Ja, okay. Oh. Ja, ist die Schaustelle, glaub ich. Das ist ne sehr gute Serie, Bro. Ich hab noch nie ne Serie nochmal geguckt, außer How I Met Your Mother, glaub ich. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal gucken würde. Mentalist war krass. Doch. Bro, ich sag ehrlich, es ist einfach immer so, eher so ein Zeitding. Aber überleg jetzt einfach mal so, du wärst jetzt einfach, du würdest einfach chillen, keine Ahnung, wärst privat hier oder arbeitslos oder whatever. So, du hättest jetzt wirklich... Bin ich. Beides davon. Du kennst jetzt wirklich einfach, Zeit ist kein Problem. Weißt du, wie ich mein? Dann, welche Serien würde man sich dann nochmal reinziehen? Weil wenn ich jetzt aus meinem aktuellen Ding überlege, denk ich halt, boah, ich hätte nur mal zum Beispiel übel Bock auf Mentalist, aber ich weiß, ich würde vielleicht die ersten paar Folgen schaffen und dann würde irgendwas dazwischen kommen in ein paar Wochen und dann bin ich wieder raus. Weißt du? Und dann guckt man es nicht mehr weiter oder so. Ja, ich gucke, ich, 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 wir haben ja schon tausendmal drüber gesprochen. Ich fand mir, also mir fällt es allgemein schwer, Serien zu gucken, ne? Hat sich nicht verbessert seitdem letztes Mal? Nee, nee. Ich gucke halt, also wenn ich alleine bin, gucke ich grundsätzlich keine Serie. Gucke ich immer YouTube-Videos. Dann gucke ich auch kein Trash-TV. Ich gucke nur YouTube-Videos, wenn ich alleine bin. Okay. Wenn Marsha noch da ist, dann gucken wir meistens Trash-TV oder YouTube-Videos. Oder ganz selten mal einen Film. Okay. Aber selten. Nee, habt ihr gar keine Serie zusammen? Nee, also gerade nicht, nee. Okay. Wir haben halt so Sachen angefangen wie Chernobyl oder so. Das war auch alles geil. Boah, Bruder, aber ja, das ist natürlich ein Schinken, Alter. Aber das ist halt so auch, das war dann so ein bisschen so depressiv. Wie geht's danach? Bringst du nicht um. Ich habe das Gefühl, die meisten... Okay, tschüss. Ja, mein Gott, kann man noch mal was sagen dürfen in Deutschland oder was? Nein, in Deutschland. Also, okay, natürlich, klar, ist ein ernst Thema und so, blablabla. Aber das hat mich wirklich, das hat mich so unfassbar depressiv gemacht. Ja, ist schon sehr, sehr bedrückend. Also in der ersten Folge denkt man nämlich noch, okay, ist ein bisschen mehr Action. Aber dann kommt Folge 2, 3, 4 da. Ich glaube, es gibt ja 5 oder so insgesamt. Alter, und diese 2, 3, 4, Alter, die machen dich fertig, Alter. Ja, ist schon ein bisschen bedrückend, das stimmt schon. Nee, da tue ich mich leider schwer. Ich habe gestern, Bro, habe ich auf Ernst drüber nachgedacht, ich lag da so. Und ich habe, also guck mal, gerade ist der Fall, dass Mascherade bei sich in der Heimat ist. Und ich hatte jetzt so, die letzten Tage hatte ich so, hatte ich so Marcel, also Noriak ist immer bei mir, der hat immer gepennt, weil der noch. Denker, der Typ. Ja, der ist, der macht gerade so Couchsurfing in Köln. Und dann habe ich so, gestern ist der so nach Hause gefahren. Ich war gestern noch mit meiner Mom unterwegs, sie ist auch gerade hier, dann ist die auch reingehauen. Und dann war ich so alleine zu Hause und es war so 22.30 Uhr, 23 Uhr, okay? Und ich gehe ja immer so um 2 Uhr, vielleicht sogar 3 Uhr penne ich ein, so meistens. Und dann dachte ich so, boah, Digga, 23 Uhr, ich bin gerade todmüde. So, heute gehe ich mal richtig früh pennen. Und dann lag ich auf Unironisch, Digga, 4 Stunden im Bett und habe noch irgendwie Brawl Stars gespielt, habe Serie geguckt, also YouTube-Videos geguckt. Fast erwischt hier. Ja, habt ihr mich? Nee, habt YouTube-Videos geguckt und so und dann auf einmal war es wieder um 3, weißt du? Und gestern hatte ich das erste Mal, dass ich so auf Ernst-Ernst drüber nachgedacht habe, so, vielleicht sollte ich das mal testen, wirklich so mal für einen Monat, dass ich mir so eine Art Challenge setze. Ich lese jeden Abend Buch. Da muss auch Tim lachen. Naja, aber checkst du? Ja. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich mir eine Challenge draus mache, vielleicht mache ich es dann. Ja, ich glaube, dann machst du es auch, Bro. Aber guck mal, das Problem ist, an sowas wie einer Challenge oder sowas, das ist nach dem Monat halt wieder weg. Weiß ich halt nicht. Wenn ich halt, nee, 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 ich glaube nicht, wenn ich mich halt dran gewöhne, zum Beispiel, dass ich halt vegetarisch lebe, war auch für einen Monat eine Challenge. Mach ich auch noch. So, ich glaube, ich glaube so, ich kann mir mit so Challenges, kann ich mir so Habits einverleiben. Check ich. Aber ich glaube, das vegetarische Ding ist eine Ausnahme. Weil ich glaube, vegetarisch warst du davor auch schon so, von deinem Kopf her fandest du schon immer eigentlich scheiße, dass du halt Tiere frisst, so. Und dann hast du die Challenge gemacht und hast halt gemerkt, ah, okay, ich verzichte jetzt gar nicht auf so viel eigentlich. Und dann hast du es beibehalten, aber du behältst es jetzt nicht bei, weil du jetzt, seit du vegetarisch bist und deine Allergien weg bist oder dir geht es auf einmal viel, viel krasser oder sowas. Oder, I don't know, korrigier mich, aber es ist eher so, dass du merkst, okay, ich vermisse gar nicht so doll viel im Alltag. Ja, genau, aber das kann ja auch. Und ich muss sagen, bro, aber ich sag dir ehrlich, ich hab das mit dem Buch auch getestet, bro. Man gibt da über viel auf. Okay, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, ich erwarte halt davon, dass das vielleicht auch bei einem Buch passieren könnte. Ich sehe halt das große Problem an dem Buch-Ding, es ist halt keine Tätigkeit, die man zu zweit macht. Ich meine, wenn man jetzt zu zweit Trash-Ding guckt. Du kannst vorlesen. Ja, Mann, Digga. Ja, Bro, dann machst du als Chat das vorlesen. Mann, Digga, ich hab dann so acht Stunden gestreamt und dann lese ich erstmal irgendwie... Nee, dann soll Marsha dir vorlesen. ...die Kinder des Djinns vor für Marsha oder was? Die Kinder... Ist das wirklich? Ja, das ist so ein Buch, was ich als Kind gelesen habe. Okay. Was heute mit Djin, Bruder? Djin höre ich viel. Ja, ich weiß nicht. Ich lese dann so Marsha so nach acht Stunden streamen erstmal die Olchis vor oder so, Bro. Ja, dann mach doch Challenge. Marsha muss dich jeden Abend vorlesen und du schläfst dabei ein. Boah, ist das nicht eine herrliche Vorstellung? Ja, also ich, 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 oder sagen wir, vielleicht ist es auch nicht das Buchding, aber ich würde gerne so die Challenge machen, dass ich es mal trye, für einen Monat aufs Handy und auf, also auf technische Geräte zu verzichten. Was auch immer das bedeutet. Also so eine Stunde vorm Pennen gehen. Okay. Dann mach ab heute. Als ich hier in diesem Raum gewohnt habe, damals im Keller, hier drin, in diesem Raum, da habe ich das damals gemacht für einen Monat und ich habe mir das, ich habe Stichliste geführt, ob ich das geschafft habe heute oder nicht. Ja. Und Digga, ich habe so viel besser gepennt, Digga. Man pennt auf jeden Fall besser. Es war ein Game Changer. Man pennt auf jeden Fall besser. Aber was ist nach dem Monat passiert, als du es hier gemacht hast? Ich habe einfach irgendwann damit aufgehört und vor allen Dingen, das Problem war ja hier, in diesem Ding hier, ich hatte keinen Fernseher hier. Und dann an einem, ich hatte halt den PC da hinten, aber an dem PC irgendwas zu gucken, bockt ja nicht. Ja, okay, aber Bro, wenn wir jetzt, wenn du da eine Challenge machst, dann darfst du auch in die Fernseher gucken. Genau, das ist der Point. Ja, aber du hattest, also, deine Ausrede war doch gerade, dass du hier keinen Fernseher hattest. Ich weiß, deswegen wird es schwer, aber ich würde es gerne tryen. Ach so, es wird noch schwerer. Ja. Ach, das meinst du? Ich habe sogar überlegt, ob ich dazu so eine Art kleines Selbstexperiment, Tomatolix-Video drehe, damit ich es wirklich mache. Weil ich glaube, ich kann mein Brain austricksen, wenn ich irgendwas als YouTube-Video verpacke, dann mache ich es. Das check ich aber. Weil ich will, dass es ein gutes YouTube-Video ist. Also, fuck, ich muss halt noch, Digga, wenn ich jetzt heute das mache, dann ist das Video im Arsch so, dann fehlt mir der heutige Tag irgendwie oder so. Ja. Ja, check ich, Bro. Also, ich fände es auf jeden Fall interessant, wenn du es mal tryst. Ja, also, weil, genau, wenn ich halt so, wenn ich halt so an Tag zwei dann aufgeben würde, wäre es halt ein scheiß YouTube-Video. Also, gebe ich nicht an Tag zwei auf. Ja, oder du fakest es halt, Bro. Oder ich fakest es halt. Nee, ich will es nicht faken. Ich habe halt, als ich das mal gemacht habe, habe ich gemerkt, also an sich Buchlesen voll geil. Weil ich habe auch früher als so, ich weiß nicht, so als Kind oder auch noch so bis so, ich weiß nicht, 13, 14, 15, so in dem Ding, habe ich so über viel gelesen. Ich habe das so über enjoyed zu lesen. Ich fand es so geil. Also, in meinem Kinderzimmer ist auch noch so Bücherregal-mäßig, so noch voll viele Bücher noch halt da, die ich halt so durchgelesen habe. Ich habe das so enjoyed, Bro. Ich bin einfach eingetaucht, weißt du. Das war wie, das war so ein bisschen halt wie eine Serie gucken oder so, I guess. Aber halt in deinem eigenen Kopf. So, ich fand das richtig geil. Ja, ich glaube. Vor allem so Krimis oder, weißt du, so diese Geschichten, weil ich habe gelebt in dieser Welt. Ich finde, was am großigsten ist, ich habe das Gefühl, das klingt voll dumm, aber es fühlt sich an, als hätte ich so lesen, so ein bisschen verlernt. Mir fällt es viel schwerer. Ja, ist auch so. Viel, also das ist wirklich auffällig viel schlechter als früher. Ich meine, man liest ja trotzdem Sachen im Internet oder auf dem Handy, aber das ist irgendwie anders. Irgendwie, man überfliegt das dann so halb. Ja, und es ist halt auch so, es sind nicht so, also gerade wenn da so komplexe Sätze stehen, wenn man so sagt, die sind schon jetzt gerade so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen poetischer geschrieben, aber da ist jetzt auch nicht, man muss jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, fünf Semester in Medizin studiert haben, um zu verstehen, was hier abgeht. Ja, es ist halt einfach ein Satz, der mehr ist als, ich komme morgen vorbei, klappt das. Genau. Sondern der ist einfach halt, hat ein Komma drin vielleicht und so nochmal. Genau, ein bisschen verschachtelt oder sowas. Ja, ja, ja. Und denke ich, Alter, das fällt mir richtig schwer zu lesen einfach. Check ich. So kennst du das, wenn du so in der Schule saßt und du hast dann so einen Text so dreimal gelesen, weil der immer so einfach rein und wieder raus ist direkt. Übertrieben. Das habe ich richtig krass jetzt. Übertrieben. Immer eigentlich. Aber darauf wollte ich eigentlich raus, weil ich habe halt damals super viel gelesen und das war nie ein Problem. Also dieses, dass ich eine Seite doppelt lesen musste, kam so selten vor und es war halt, wenn ich dann mit den Gedanken irgendwie abgeschweift bin, also ich habe da irgendwas gelesen, musste vielleicht an irgendeine Situation in echt denken und habe dann darüber nachgedacht und dann liest man ja manchmal so weiter und dachte ich, fuck, habe ja gar nicht gerade aktiv gelesen. Und dann hat nochmal kurz angefangen, Bro, das ist vielleicht, das ist so selten passiert. Vielleicht pro Buch zweimal oder so, ne? Und als ich das dann, ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich das mal, Ende letzten Jahres mal probiert mit diesem Lesen vorm Schlafen gehen und ich hatte das so oft, dass ich einfach gelesen habe, aber in meinem Kopf einfach nicht die Konzentration aufbringen konnte oder wie sagt man vielleicht, die Ruhe hatte oder so. Einfach nur das zu lesen, was da stand und das in meinem Kopf zu haben, sondern Bro, da war die ganze Zeit irgendwas. Weißt du so, ich habe das dann gelesen, dann war auch schon, ach dicker, fuck, morgen 40 Uhr, denk dran, da ist dieser Call. Und dann, ach, keine Ahnung, dicker, eigentlich müsste ich noch das und das machen und so. Das war die ganze Zeit, das war einfach so, es war ein Kampf. Es hat sich angefühlt, wie zwei Teile meines Gehirns, die kämpfen, wer gerade die, sozusagen die Nachdenk-Kapazität hat. So, ein Teil hat immer das gelesen so und das hat auch weiter gelesen, weil das andere sagt dann, ne, ich will jetzt über irgendwas nachdenken und so ein Shit und es war richtig anstrengend einfach. Das habe ich nicht so krass. Also ich habe nicht so, dass ich dann so viel so denke über so Arbeit nächsten Tag oder so oder irgendwelche Termine oder so, die anstehen. Bei mir ist es meistens so, dass ich dann so das Gefühl habe, gerade wenn ich den Tag auch gestreamt habe, dann ist es so, ich liege da so und denke so, so jetzt kann ich den Tag für mich nutzen, weißt du, so jetzt, so das ist jetzt so, jetzt habe ich so den Stream hinter mir gebracht, ich habe jetzt so keine Termine mehr, jetzt nutze ich den Tag, jetzt muss ich das irgendwie noch nutzen. Um 0.30 Uhr dann. Ja und ich kriege dann auf einmal so einen richtigen Energieschub, Real Talk, also es ist dann so, wenn ich den Stream ausmache, bin ich in dem übelsten Loch einfach, dann bin ich richtig K.O. auf einmal, weil mein Körper halt so auf Adrenalin war die ganze Zeit, dann lässt das kurz nach, dann bin ich so für so eine Stunde 30 richtig noch und dann kommt da nochmal so ein übelstes Hoch mitten in der Nacht. Und dann denke ich, so gestern hatte ich das auch, Bro, ich habe dann so, ich habe dann so Fernseher ausgemacht, habe dann so Handy beiseite gelegt und dann lag ich so, ne, es war so 2 Uhr. Na, hast du dich einfach mal so hingelegt? Ja, habe ich einfach mich hingelegt und es war schon alles dunkel, ich wollte pennen und dann habe ich so gemerkt, ich glaube ich sollte mir noch ein Wasser holen. Bin ich nochmal aufgestanden, habe mir ein Wasser gegogelt, kam nochmal wieder und dachte so, boah jetzt, ich finde auch nochmal eine Runde, boah ich kann jetzt irgendwie nicht schlafen, habe ich nochmal Fernsehen angemacht, nochmal Browsers angemacht und habe dann nochmal ein bisschen gezockt und Fernsehen geguckt und habe dann nochmal eine Stunde verbracht damit. und so geht mir das fast jeden Abend, dass ich so, ich bin so turbo hibbelig am Abend, so Alter, das ist so noch schlimmer als an jedem anderen Zeitpunkt des Tages und ich muss dann irgendwas machen, Alter, es ist so oft auch so, dass ich dann so mit Marsha irgendwas gucke und sie, als Beispiel wir gucken jetzt eine Folge Jeremy's 6 Topmodel, sie pennt dann, ich gucke noch zwei Basti-Videos, also really top. Aber das ist doch, das klingt ja überstressig, Bro. Ja, ist so. Wie könnte man das dort machen? Ich sag dir auch ehrlich, ich hab da viel mit Toni drüber gelabert, also mit Reeft, Bruder, ich geh Realtalk nur schlafen die meisten Abende, weil ich weiß, ich muss schlafen gehen und nicht, weil ich müde bin. Das check ich aber auch. Und das, ich hasse das. Ich hab das auch, aber das Ding ist, ich bin, also ich bin, ich bin trotzdem körperlich dann müde, weil es ist, es passiert eigentlich nie, dass wenn ich sage, ich lege mich jetzt hin, ich muss jetzt schlafen, dass ich dann so mich im Bett wälze und nicht einpennen kann. Wenn ich jetzt so sage, ich schlafe, dann penne ich eigentlich direkt ein so. Ja, das stimmt auch, ja. Aber ich will diesen Moment immer so crazy rauszögern, weil ich glaube, ich check das voll, ich hab dann abends nach dem Stream oder egal, was für ein Tag war, wo man halt so irgendwie gearbeitet hat, hab ich dann abends so dieses Gefühl so, dieses, es gibt ja auch einen Begriff dafür, dieses Revenge Bedtime oder irgendwie sowas heißt das, quasi dieses, ähm, abends nach dem Tag alle pennen, jetzt kann ich für mich nochmal irgendwie ein bisschen Quality Time hier raussuchen, ja, sei es eine Serie zu schauen, sei es zu kochen auch nach so einem Stream oder sowas, ist auch ja sowas, weißt du, so dieses, ich mach jetzt noch irgendwie was für mich und, 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 ja, irgendwie ist das ja auch voll gut, Bro, aber halt nicht um 2.30 Uhr, so. Und ich merke halt auch, die Nächte, selbst wenn ich um 3.00 Uhr pennen gehe oder um 2.00 Uhr whatever, und ich schlafe trotzdem meine 7, 8 Stunden, Bro, man wacht einfach auf wie so ein Hurensohn. Ja, genau, also, ich merke einfach heftig, wie ich mein Gehirn einfach so krass überstimuliere, so eine Minute, also bis, bis eine Minute, bevor ich pennen gehe, also wirklich so, so ballern, 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 so, Digga, das ist so mehr Stimulation als im Stream gefühlt danach. Ich meine, du bist am Handy, du zockst was und dann läuft noch der Fernseher. Ja, dann wickst du noch meinen Schwanz ab und dann ist Covid vorbei, weißt du, was dabei, bei Brawl Stars, das ist ja crazy, Bro, überleg mal. Ja, ist verrückt. I don't know, Bro, es ist alles nicht so gesund, Mann. Ja. Scheiße. Boah, Känsehaut. Nein, aber Real Talk. Ey, Mann, Digga, es ist alles nicht so gesund. Meinst du, du schaffst die Challenge, dieses 20, halbe Stunde vorm Pennen Buch lesen oder Real Talk scheiß mal aufs Buch vielleicht, aber halt nicht am Handy, du kannst auch hinsetzen und Mandala malen. Was ist eine geile Beschäftigung, die man im besten Fall mit seinem Partner ausüben kann, die man eine halbe Stunde, Stunde vor dem Schlaf und Gehen macht? Ja, Kreuzworträtsel zusammen machen. Aber jeden Abend? Naja, du kannst ja vielleicht abwechseln, vielleicht halt, ähm, guck mal, manche Abende liest du wirklich, wenn du vielleicht eh alleine bist oder Marsha pennt schon oder hat keinen Bock oder macht ihr eigenes Ding oder vielleicht liest du ja auch was, dann liest jeder sein Ding. Dann einen Abend machst du Kreuzworträtsel, einen Abend macht ihr zusammen Mandala. Ich hab so Doku viel gegrindet vorm Schlaf im Gehen. Aber das kann man nicht zusammen machen. Aber dann hab ich halt, das hat dann halt was anderes bewirkt, als ich so Doku viel gemacht habe, lag ich dann im Bett und hab dann mir so Dokus ausgedacht, die ich gelöst habe. Bro, ich sag dir ehrlich. Dann hab ich mal irgendwann Schach gespielt, das war zwar auf dem Handy, aber da hab ich irgendwann mal Schach gespielt zum Einschlafen. Dann hab ich Schach gespielt im Kopf, Digga. Wie bei Queen's Gambit dann an der Decke da Schach gemacht, Alter. Bro, vielleicht, ja, vielleicht ist es einfach, vielleicht muss man die ja schießen einfach oder so, Bro. Vielleicht hoffnungsloser Fall. Einschlep. Nee, keine Ahnung, Mann. Egal was er macht, Bruder, wenn er jetzt anfängt zu lesen, auf einmal, er schreibt so Bücher, ist so voll stressig im Schlaf. Leute, ich hab die Deadline, das Buch muss fertig werden, ich muss das schaffen. Komm, hau raus, wir dürfen die nicht vergessen, die Edeln Fünf, Bruder, hau sie raus. Nein, das geht nicht, mein Handy ist weg. Es ist unter deiner rechten Arschbacke, Bro, ich seh's. Achso. Ist das krass. Digga, das Handy muss auch viel erdulden, gell? Ist das krass. Aha. Was haben wir hier? Manuels hat mir geschrieben. Hat er nicht, hat er nicht. Bro, wir sind präsentiert. Freunde, wir kommen wieder zur Edeln Fünf. Dominik, müssen wir heute mal wieder fünf Sachen vorlesen, die ich einordnen muss. Bevor, oder während du das raussuchst, ganz kurz, äh, andere Sache. Findet ihr, ich sollte meine Haare heute kurz machen, ich geh heute zum Friseur und ich überleg, ob ich sie so, nicht Baskat-mäßig, aber ob ich sie so auf so drei oder vier Zentimeter runterknall. Gehst du Fatty? Nee. Der kann nicht, der kann nicht. Achso. Der ist bei Familie. Achso. Sonst hätte ich gesagt, mach Fatty's Delight. Was heißt das? Ja, das wirst du rausfinden, wenn du bei ihm bist. Nächstes, wenn du bei Fatty's bist, sag einfach nicht, sag einfach nur Fatty zu, ich will heute Fatty's Delight haben. Soll ich einfach beim Friseur sagen, ey, überrasch mich? Überrasch mich. Weil überrasch mich ist immer, wenn ein Friseur aus so einer Frau mit so richtig schönen langen Haaren so eine Kesse Marina macht, die dann so diese Kurzhaarfrisur hat. Ja, ja, das ist so das Umstyling bei GNTM. Und wir finden sie super toll, ja, ich finde sie richtig toll. Ja. Vielleicht gehe ich so hin und so kennst du so bei Friseur, da ist doch immer so dieses eine Heft von so L'Oreal oder so. Und da sind dann so Frisuren, die noch nie ein Mensch im normalen Leben getragen hat. Ja, so Alien-Frisuren. So, Bro, keiner trägt das. Wir sind vom Mars, Bro. Noch nie ist jemand so rumgelaufen. Ja, aber das ist gleich wie bei Modeshows. Noch keiner. Modeshows. Wie sagt man, Modeshows? Modeshow. So Runway halt. Noch keiner ist da gelaufen, Bruder. Da laufen Leute, die haben so, die haben Kleider an aus Aktenkoffern oder so, Bro. Der zieht doch keiner an. Ich finde es krass, dass es Modedesigner gibt, die nur das machen. Weil wie machen die ihre Patte? Ja, die werden halt gebucht. Von? Von zum Beispiel dann halt den Brands oder so, I guess, oder? Na gut, okay, vielleicht von so Stars, die dann halt eingekleidert werden für so Events. Ja, aber oder geht, keine Ahnung, sag mal Runway-Show von Prada oder sowas. Oder I don't know, wie das dann läuft. Aber sagen die vielleicht, hey, wir haben da eine Show, wir brauchen außergewöhnliche Sachen. Wir buchen jetzt den Typ. Ah, okay, so diese-mäßige, okay. Oder sind das halt die Prada-In-House-Leute, aber. Das kann sein, ja. Vielleicht beides auch, ja. Weil ich finde, voll oft ist es halt, ich glaube, so ein Runway-Show ist halt dann sozusagen eher wie so ein Mood-Board. Eher, weißt du? Das sind nicht die Klamotten. Ich dachte immer, ja, die zeigen halt die neuen Klamotten einfach. Die zeigen halt, so wie bei Bruder Mediamarkt, was gibt's neue PC für neue Festplätze, so, was gibt's? Zeigen die, aha, das sind die Klamotten für diesen Sommer. Aber ich glaube, es soll wahrscheinlich eher so ein, wohin geht's gerade, Fashion-mäßig und dann Übertreibungen und einer hat einen Luftballon an. Es ist halt einfach laufende Kunst, basically, ne? Irgendwie so, ja. Ja, hundertprozentig. Aber wenn du Designer dafür bist, hast du ja Easy-Life-Bruder, du musst einfach nur irgendwas Beknacktes machen. Was machen wir nächstes Jahr? Ja, keine Ahnung, hängen ein Kilo Fleisch an die Person dran. Da, was machen wir nächstes Jahr? Keine Ahnung, Bruder, einfach, ich hab einen gesehen, der hat einfach, die Frau war nackt, also die Models waren nackt. Und dann hat er nur mit so dünnem Elektriker-Isolierband, kennt ihr dieses schwarze Elektriker-Band, hat er denen halt dann die wichtigen Stellen so zugeklappüstert, ja, der Kollege. Und dann hat er gesagt, los geht's. Und dann hat er wahrscheinlich die Mille bekommen. Es gab einen Tape-Dress. Vielleicht ist das, was du meinst? Weiß ich nicht. Das war auch so eine sehr dünne Frau und die wurde dann so, quasi von unten nach oben wurde die so getapet, als hätte die so ein kurzes Kleid an, aber es war alles Tape. Ah, das kenn ich auch, nee, das war so was anderes. Okay. Aber ja, krass, krasse Idee, Bruder, hast du auf jeden Fall dein Geld verdient. Okay. Heute kommen wir zu den edlen Fünf. Fünf. Ja, am Jingle arbeiten wir immer noch. Wollen wir mal wirklich einen richtigen haben? Ist auch ein bisschen Hood. Wir sind kein Jingle-Podcast halt. Ich würd mir wünschen, wie heißt der Zauberer nochmal? Matthias Berger. Der kann uns ja mit Jingle zaubern. Nein, das war nicht der Gag. Ich würd mir wünschen, wenn Matthias Berger kommt, dass auch dieser... Komm, lass mich kurz, bitte. Frag mal deine Mutter, was die gemacht hat, als du im Hotel da zum 102, ja? Ja, ja, was ist jetzt mit Matthias Berger? Wenn Matthias Berger hier sitzen wird mit seinem Astralkörper. Ja. Ich möchte, dass davor dieser eine Mentalist kommt, der immer bei den Influencern ist, dieser Timon. Der kommt zu uns im Stream. Da bist du auch dabei. Du weißt nur noch nichts davon. Der hat gefragt, ob wir collaben und ich hab gesagt, ja, mach ein Übel. Wann hast du mir vor, mir das zu sagen? Wann ist das nochmal, Tim? Haben wir dann, Tim? Wir haben noch keinen Termin. Okay, retalk danach, Podcast mit ihm. Weil ich will, dass er da ist. Dann sagen wir so freundlich, ja, tschüss und so. Und dann kommt man zum Matthias Berger und den sein Leben ficken. Achso, du willst so Beef anzetteln. Ja, ja, ja. Das soll der sagen. Ja, wie hat er das gerade gemacht? Der hat das so und so und so. Ah, so diese bisschen. Diese machen wir. Ah, okay. Wir machen diese mit euch. Okay. Die edlen fünf heute sind für Papa Platte bestimmt die besten Lego-Aufreger von Held der Steine. Okay. Es wird immer dümmer. Bist du ready? Ich weiß nicht, ja. Also, du musst jetzt, ich denke mal, eine gute Sortierung könnte sein von extrem iconic oder so der geilste Aufreger. So, I guess. Ist auf eins. Einfach so von Lustigkeit und von, wenn das im Video passiert, wie cool ist das? Ja, also der beste Aufreger ist eins und der schildeste ist fünf. Kann man sagen. Bester Aufreger, ja. Okay, wir fangen Chillic an mit einem klassischen, das Set ist viel zu teuer. Boah, ich kenne das nicht. Held der Steine? Warte, was meinst du jetzt genau? Geht es jetzt um bestimmte Videos? Hallo, haben wir gerade einen Schlaganfall? Ja, aber wie meinst du das genau? Gibt es ein bestimmtes Video, wo er sagt, das Set ist viel zu teuer? Das sagt er doch bei allem. Oder ist das so ein allgemeines Ding? Nein, nein, genau. Held der Steine hat er, wenn er Lego-Sets anschaut. Das ist das beschissenste Top-5, was wir je hatten. Warum? Das ist ultra-arsch. Chill doch, was ist jetzt los? Hä, warte doch mal, was so kommt. Ja, gut. Also ich habe das Gefühl, das ist richtig scheiße. Du sollst ranken? Ich weiß nicht, ob du es verstehst. Ganz ehrlich, letzte Woche habe ich eins gemacht und ich wollte aber eigentlich ein anderes machen. Ja. Habe dann aber eins aus der Community genommen, weil ich dachte, meins ist zu wack. Meins ist wack, dann war besser als deins jetzt. Das ist auch aus der Community. Okay. Liebe Grüße an Jan Wilmius. Kevin findet dich scheiße. Okay, Bro. Wir hätten das so cool machen können. Jetzt ist egal, was du sagst, ist scheiße. Wir nehmen anderes. Nein, nein, nein. Ich will das jetzt. Mach weiter, mach weiter. Wir machen das. Wir machen das. So. Okay. Nein, nein. Hält der Steine auf, Ria. Los. Ja, wenn er sagt, ist so zu teuer, dann finde ich das, ähm, boah, das ist schwer. Ja, mhm, zu teuer ist halt, das ist, ist nicht so fancy, finde ich, weil das sagt. Du bist so fake, du bist so fake, Bro. Du bist fake. Warum? Du bist gerade fake. Wir müssen was anderes machen, Bruder. Nein. Guck mal, alle, die doch zuhören, denken das doch gerade, er tut jetzt nur so. Nein, nein, wir machen das, wir machen das. Ja, okay. Also, ich finde, wenn er so sagt, es ist, Mann, sorry, ich habe hier viele Business-Sachen gerade hier reinkommen. Ja, scheiße, da. Also, ich finde, wenn er halt so sagt, es ist zu teuer, das sagt er halt fast in jedem Lego-Video, weil er fast jedes Lego-Produkt zu teuer findet. Findest du, dass es gerechtfertigt? Finde ich auch, ist gerechtfertigt, aber ich finde, es ist jetzt nicht mehr so, dass mich das mega lustig abholt, deswegen würde ich sagen, das ist so eine 4 von 5. Okay. Der nächste klassische Aufreger von ihm ist Farbseuche. Boah, das ist wirklich das beschissendste Top 5 ever. Ja, kann man nicht mal rennen. Das ist so bodenlos scheiße. Wir brechen ab. Ich würde sagen, Farbseuche... Ton aus. Kevins Mikrofon ist gemutet ab jetzt. Ich würde sagen, Farbseuche ist schon sehr witzig, weil, also ne, da geht es ja darum, dass quasi in dem Lego... Ja, ich merke es selber, wenn wir es reden, es ist wirklich scheiße. Ja, es ist scheiße, es ist fucking scheiße. Ich sage dir ehrlich, es ist, wenn du das so liest hier, liest sich das irgendwie lustig, aber so, wenn man das so jemandem sagt, ist das irgendwie Arsch. Das war klar, dass das passiert. Wir schneiden. Nein, schneiden wir nicht. Also die Farbseuche... Wir machen das jetzt zu Ende. Die Farbseuche ist für mich 2 aus 5, würde ich sagen, weil, ähm, ich finde das witzig. So, jetzt das nächste. Komm, ne, das ist stark. Mach weiter. Die Leute lieben das gerade. Na, boah, ist doch scheiße. Nein, nein, komm, mach mehr. Okay, okay. Okay, jetzt so. Okay. Als nächstes haben wir einen wirklichen Klassiker, muss ich sagen. Der Print ist schlecht. Schlechter Print. Das ist wirklich... Also du merkst es auch, oder? Ja, natürlich merke ich es auch. Okay. Aber halt, Alter, mein Angebot, das halt zu retten, schlägst du jetzt schon zum 8. Mal aus. Ich möchte nur ganz kurz, bevor wir weitermachen, erklären, was ich letzte Woche mit dir machen wollte, okay? Ich wollte letzte Woche mit dir machen, Top 5 Händetrockner. Also Top 5 Dinge, an denen man sich die Hände trocknen kann. Und selbst das wäre besser gewesen, als was du gerade gemacht hast. Also Leute, aber halt, also alle, die ich mir ausgedacht habe, waren auch stark. Aber jetzt nehme ich halt was aus der Community, Leute, muss ich sagen, ist halt wirklich... Also geht, also geht man bitte mehr auf diese Seite. Ja, das mit den Stickern juckt mich nicht, weil ich bin auch so jemand, ich klebe die Sticker von, äh, finde ich 5, ist das Schäteste. Dicker, wirklich, die Kategorie schafft sich gerade selber ab. Was haben wir noch? Nee, also gradisch war es schlechter Print. Ja. Dann wäre schlecht, schlecht, zu viele Sticker wäre gekommen. Ja, auch schlecht. Und dann wäre Hälfte fehlt. Dann wäre Hälfte fehlt. Hälfte fehlt ist eins. Hälfte fehlt. Wo er so diese Pyramide zusammenbaut und dann meint er so, er muss eine zweite kaufen, damit er beides hat. Meinst du das? Ja, ich glaube. Ja. Oder generell das. Also Bro, es tut mir wirklich leid, das ist die schlechteste Folge. Ja. Top 5, die wir je hatten. Ich habe ihm einen Daumen hoch gegeben. Ich mache stattdessen, alright? Ich mache stattdessen, wir machen stattdessen Top 5 Händetrockner mit dir, okay? Das ist krass. Das heißt, du musst jetzt quasi, ich werde dir jetzt 5 Sachen nennen, an denen man sich die Hände trocknen kann. Man ist jetzt quasi auf so einer öffentlichen Toilette und muss sich die Hände trocknen. Und du musst ranken, was ist das Beste, das ist 1 und was das Schichteste ist, das ist 5. Okay. So, wir fangen an mit ganz simpel Hosentaschen. Also du hast jetzt quasi richtig nasse Hände und die einzige Möglichkeit ist Hosentasche. Okay. Wie geil findest du das? Hosentasche finde ich, also aber so außen oder wie reinstecken? Nee, schon innen drin. Das hat noch nie jemand gemacht. Man macht die Hände da rein. Das hat noch nie jemand gemacht, machst du das? Manchmal. Bro, der Klassiker ist doch so außen als so. Nee, nee, wir reden schon innen drin. Du hast so innen drin, das ist so die einzige Möglichkeit. Wie geil findest du das? Warum? Ich habe doch, wenn die Hose eine Tasche hat, hat die doch auch außen stoppt. In dem Szenario hat die nur Taschen innen drin. Außen sind Spikes. Ja, außen, innen find ich schon sehr nervig, weil du hast es dann die ganze Zeit so auch am Bein, spürst du es dann, weil es so nass ist. Würde ich mal, also eins ist beschissen oder gut? Eins ist das Beste. Okay, dann ist das auf jeden Fall eine chillige, da kommt noch Scheiße, gell? Eine chillige, da kommt eine 3. Okay, dann haben wir als nächstes die Haare. Also, dass man quasi so, man hat nasse Hände und man macht es dann so in die Haare, dass es einfach so ein bisschen trocken wird. Ja, okay. Das mache ich zum Beispiel sehr oft, wenn ich in der Badewanne sitze und nebenbei im Handy bin. Aber das Szenario ist doch, wir sind in einer öffentlichen Toilette. Ja, genau. Also, die Vermutung ist ja, dass ich zu dem Zeitpunkt schon eine Frisur habe, die ich jetzt, wenn ich jetzt da mit nassen Händen durchgehe, ja kaputt geht. Ja, bei mir ist es halt eh nichts zu retten. Du musst jetzt sagen, Haare. Jetzt sag doch einfach Haare, Bro. Ja, du musst dir das Szenario mal erklären. Ich hatte gerade eine Hose, die hatte nur Innentaschen und außen nichts. Haare ist richtig scheiße. Vier. Das hattest du gerade schon. Nein, drei hatte ich. Bitte pass auf. Okay, okay. Also, vier Haare. Okay, dann das nächste ist Oberschenkel. Also, ne, Hose, der Oberschenkel. Eins. Der Klassiker. Der Kappesse. Okay, dann haben wir als nächstes den, ich hab's mal genannt, den Dr. Biber Blasautomat. Ah, das sind die allerschlimmsten Wickser. Du weißt, was ich meine, dieses, wo man so von oben rein muss und man spielt so Dr. Biber und versucht so nicht die Seiten zu berühren. Man berührt trotzdem immer. Ja, ich hasse die. Also, wie findest du die? Ich hab viele Dokus gesehen, wo es so steht, das ist die Bazillenschleuder unseres Universums. Das ist richtig ungesund. Und, ich weiß nicht genau, was abgeht, aber nachdem ich zwei, dreimal da rein war, sind die Hände trotzdem noch Loki nass. So in den Zwischenräumen und sowas. Also, er macht nicht mal seinen Job, deswegen ganz klar für mich, auf die fünf. Ich finde auch, die Scheiße ist auch immer viel zu laut. Am schlimmsten ist es bei McDonalds. Da ist immer, wenn man immer, wenn dann so von dem Klo so die Tür aufgeht, hört man so süß. Ja, ja. Ben Meckes hat auch nicht diese von Dyson, die haben diese ganz alten da, diese komischen. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Weißt du, was die allerschlimmsten sind? Diese, wo das so draufsteht, Airwolf und dann sind die hängen so und dann pustet das nur so Luft nach unten und du musst dein Handy dann so drunter halten. Kennst du die? Das sind die Warenwichser. Okay, und das nächste ist so Papiertücher, aber das ist so kein so ein geiles, weiches, sondern das ist so richtig so ein billiges, weißt du, das ist so schmürgelpapiermäßig. Aber was habe ich noch offen? Die zwei nur noch, gell? Weiß ich nicht, ja. Ja, natürlich. Aber ich glaube, ich habe die zwei noch offen und ich glaube, das passt auch perfekt dafür, weil auch wenn die billig sind, Bruder, ist das scheißegal. Im Notfall kann man auch immer, was ich auch gerne klassisch mache, ist, wenn du die Hände nass hast, du musst die ja nicht so reiben damit. Du kannst das auch so einfach so ein bisschen antupfen. Du kannst das Papier einfach nehmen und so drauf machen. Ist auch trocken, deswegen Platz Nummer zwei. Okay, wir haben einen Bonus dieses Mal. T-Shirt. Okay, habe ich jetzt auch einen Platz mehr? Ja, du kannst es überall hin machen von eins bis fünf. Okay, T-Shirt. Wenn du es jetzt noch irgendwo reinmachen müsstest. T-Shirt würde ich auf die vier machen, glaube ich. Weil, warum T-Shirt, wenn man Hose hat? Okay, kurz anderes Thema. Hast du schon mal dir so aus Versehen so ein bisschen in die Hose gepisst und hast dann so den klassischen, oh, 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 meine Hände sind super nass, ich muss die jetzt hier gerade an meinem Schwanz, muss ich die gerade mal so abtrocknenmäßig gemacht? Ja, aber anders. Wie? Also ich habe mir schon mal so ein bisschen lowkey die Hose gepisst. Also wenn man so zu wenig abgeschüttelt hat oder zu schnell hoch und auf einmal ist Fleck da, dann habe ich den Wasserhahn, also manchmal gibt es so Wasserhähne, die machen die Jopfe für dich schon automatisch, weil die spritzen schon automatisch dahin, aber ich mache den dann an und dann nehme ich Wasser und mache dann so. Nein. Und tue das so hin, weil, Bro. Du wählst den Wasserhahn auf deinen Schwanz? Ja, aber so ein bisschen, dass Tropfen kommt, weil hör zu, wenn du jetzt einfach nur die Taktik von dir machst mit dem Abtrocknen, dann hast du halt einen runden Fleck in der Mitte und ein paar Streifspuren. Keiner glaubt dir. Wenn man das so macht wie du als Anfänger, wir Profis, ich würde dann schon mal zum Beispiel der eine Finger von meiner Hand, würde schon mal diesen Punkt berühren als Beispiel. Du berührst deine eigene Pisse dann oder was? Genau, ja. Nachdem du die Hände gewaschen hast. Ich weisch ja dann nochmal die Hände. Und dann gibst du Leuten die Hände, die Hände, die Hände, die Hände, die Hände. Na klar, ich mach dann nochmal. Nein, also ich versuche halt natürlich, und das finde ich auch viel logischer, diesen einen Punkt in ein größeres Pattern zu integrieren von Punkten. Digga, du machst einfach so einen 1 cm Pissfleck, machst du so einen 10 cm Pissfleck. Nein, nein, drumrum. Der fällt viel mehr auf. Drum rum. Bruder, das ist die beschissenste Tafel, die ich je gehört habe. Hast du dir schon mal jemals in die Hose geschissen und hast dann so getan, so, oh, ich hab mich in Nutella gesetzt und hast noch ein bisschen Nutella hinten reingeschmiert? Da hast du mäßig so, ich war in Nutella? Nein. Das hat auch noch niemand gemacht, Bro. Alright. Vielleicht deine Mom. Deshalb finden wir jetzt raus, wenn wir ihren Zettel vorlesen. Was ist das für eine Überleitung, Bro? Ich muss jetzt schnell hier weg. Wir machen wieder die Zettelchen. Meine Mama, vielleicht erinnert ihr euch dran, hat uns, glaube ich, zu Weihnachten diese Röllchen hier geschenkt für das nächste Jahr, also für dieses Jahr. Und wir können jeden Tag oder jede Folge quasi immer ein Röllchen aufmachen, wo wir eine kleine Frage haben. Meistens ist es eine Entweder-Oder-Frage. Ja. Letzte Folge war viel zum Thema... Zahnpasta. Ja, ja, ja. Heute haben wir auch wieder eine Entweder-Oder-Geschichte. Und zwar, würdest du lieber in einer Comic-Serie oder in einer Action-Serie mitspielen wollen? Also, Beispiel für eine Comic-Serie wäre zum Beispiel Big Bang Theory. Ich glaube, ich würde lieber... Beispiel für eine Action-Serie wäre zum Beispiel Alarm für Cobra 11. Okay, das ist eine wilde, wirklich eine wilde Auswahl hier. Falls jemand nicht weiß, was es ist. Ähm, ich glaube, ich würde mich für die Action-Serie entscheiden, weil ich habe das Gefühl, so lustige Sachen, da habe ich schon zu viel teilgenommen, aber dass man dann so Action... Haha, Mann! Aber dass man halt dann so Action-mäßig so passt... Lustige Sachen habe ich schon viel dran teilgenommen. Ja, Mann, guck mal, es gibt doch Sachen, wo ich irgendwas Lustiges gemacht habe, gibt's ja schon, aber Sachen, wo ich so richtig... Sag mal. Mann, Digga. Aber so, dass man halt so sagt, so, ich sitze in einem Auto und hinter mir explodiert irgendwas, das gibt's ja noch nicht. Aber es ist auch anstrengend. Ja, aber hä? Das Ding ist, Bro, wenn du in so einer Serie, der Schauspieler macht nie die coolen Sachen, wenn irgendwas explodiert oder so, ist immer dein Stunt-Double da. Du machst es nicht selber. Ja, aber das würde dann so aussehen, als wäre ich cool. Ja, aber in der Zeit hockst du am fucking Buffet, Bro, frisst dir den Wurstsalat da rein. Aber wenn das halt live geht, dann bin ich halt der Typ, der den krassen Stunt macht. Und dann denkt alle, ich bin cool. Ah, es geht dir also eigentlich nur darum. Weil ich würde vielleicht die... Ach, hast du auch über den Prozess des Machens nach, oder? Weil ich hab jetzt eher, mein erster Gedanke war so, ist es cool, ein Schauspieler zu sein in einer Comedy-Serie oder in einer Action-Serie? Und ich glaube, Comedy-Serie ist aber auch anstrengend, weil diese Gags sind ja so trocken delivered und im Nachhinein legen die manchmal noch so Lachen drauf. Ja, und du musst dir wahrscheinlich so 20 Mal deliveren und so... Ja. Ja, dann hab ich mir halt eingeschissen. Genau. Na, Karten, wir brauchen's nochmal. Ja, dann hab ich mir halt eingeschissen. Außer bei so Sachen wie so The Office oder so. Sowas zum Beispiel wie Big Bang Theory. Ich glaub, das ist am Drehtag, also wenn du das drehst, sehr wenig Humor und sehr viel harte Arbeit. Einfach genau das so vorzulesen, dann sagt der, ja, nee, du hast das, können wir das anders betonen, dann musst du den Witz in dem Moment wieder so anders sagen. Boah, so anstrengend. Deswegen, ich glaub, ich würd' ich vielleicht auch Action nehmen, weil da kannst du halt einfach irgendwie, sag ich, Sanddouble soll machen und dann ab und zu erzähl ich mir irgendwas. Ja, Action ist es. Action ist es. Wollen wir noch einen Klien machen? Machen wir noch eine Stelle. Wir sind ja im Verzug, weißt du? Eine Stelle machen wir noch. Alright. Warte, ich bin am Auf... Wird Kevin das Röllchen aufbekommen. Würdest du lieber eine Woche auf dein Telefon verzichten oder auf Internet? Telefon. Das ist ein easy one. Wer sollte was anderes nehmen? Aber wenn ich Internet verzichte, hätt ich dann Telefon mit Internet? Genau, ja, das könnte man ja dribbeln. Also würde man aufs Telefon verzichten. Weiß ich nicht, nee. Doch. Warum? Hä? Kannst du ja über Internet telefonieren. Ja, aber du kannst zum Beispiel nicht... Du musst an einem PC wichsen, Bro. Ja, und? Nee. Bei Telefon, was willst du da machen? Willst du eine Hotline anrufen? Nein. Hä, Handy halt, Bro. Ich würde an ein Bettchen YouTube halt gucken. Nein, du hast ja kein Internet. Du verzichtest ja auf Internet. Ja, das war doch die Frage. Du hast dein Handy, aber halt ohne Internet. Ist das so? Ja. Ja, okay, das ist ja die Frage gewesen. Hast du gesagt, ja, ja. Okay, gut, egal. Also wenn das so ist, dann natürlich auf Telefon. Ja, ist easy. Freunde, war eine katastrophale Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Subscribe den Channel. Und? Wir sind kurz vor den 100.000 Abonnenten. Wir haben die schon lange geschnackt, aber vielleicht funktioniert es ja. Das ist stark. Wir haben auch gesehen, dass 80% von euch noch nicht subscribed haben. Ja. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Haben wir auch nicht gesehen. Haben wir auch nicht gesehen. 80% haben subscribed wahrscheinlich. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Sonntag, 18 Uhr. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Und schickt mir die edle 5 ein, Freunde. Ja. Chausen. Tschüss.